Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, wo fang ich an? Gar nicht, ich leg einfach mal direkt los und check nochmal die Räume nach den komischen Fragmentkarten. Irgendwie soll es ja überall welche geben. Und ich weiß aber halt nicht, habe ich sie alle oder nicht und ich glaube ihr wisst es gerade auch nicht. Und deswegen laufe ich überall nochmal so extra lang. Scheint aber halt irgendwie alles so ein bisschen abgeräumt zu sein. Genau, mach mal einfach deine Tasse kaputt. Also hier sehe ich soweit eigentlich nichts. Komisch auch, dass er sich hier unterm Bett nicht verstecken kann, aber das macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Kannst du hier irgendwo rein in eine Zelle? Kann man da eigentlich reingucken? Oh ja, da ist ein Klo. Da ist ein Klo. Wir haben keins, oder? Hatten wir ein Klo bei uns? Da ist ein Waschbecken. Da fällt mir auch noch was mit Badewanne ein. Ich gehe erstmal wieder durch. So, dann haben wir hier noch, ähm, ich mache mal kurz eine Pause. Ähm, mir fehlt noch die Tür oben. Die habe ich wohl das letzte Mal übersehen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal als erstes. Und laufen dahin, wo wir eigentlich schon mal waren. In der Hoffnung, dass Rubik uns möglichst oft in Ruhe lässt. Aber ich versuche das jetzt nochmal mit der Tür. Wenn er hier kommt, habt ihr recht, das habe ich nicht bedacht. Dann kann ich die Türen gar nicht mehr öffnen. Das ist natürlich scheiße. Dann bleibt einem nur noch wegrennen. Ähm, und genau die Tür geradeaus habe ich wohl vergessen. Oh, hier ist auch noch was. Oh, hier ist noch was. Alles klar. Okay, hier war ich nicht drin. Hier ist eine Badewanne. Hier ist das Fragment. Das ist die Badewanne. Von der gesprochen wurde. Okay. Okay, ist okay. Ähm. Ist die Frage, bleibe ich jetzt kurz hier, weil ich mich hier verstecken kann? Oder nicht? Ich weiß nicht, wer oder was da gelacht hat. Geh mal da rein. Können wir einfach mal warten? Vielleicht kommt der dann ja. Der Rubik. Oder auch nicht. Ähm. Ich habe immer, ich will, ich mag hier jetzt gar nicht weggehen, ne? Angeblich, wenn man halt sich nicht bewegt, dann, dann soll er halt kommen. Kannst du in die Badewanne noch rein? Nein. Oh Mann, dann ist es so. Wenn er jetzt kommt, dann ist Pech. Aber ich glaube, in der Tür da vorne waren wir auch noch nicht. Hier wollte ich eigentlich rein. Oh, hier waren wir noch nicht. Da ist irgend so ein Schacht. Ja, nimm mal ruhig alles mit. Oh, ist voll. Da können wir in den Schrank. Schleicht da draußen jemand rum? Hier ist eine Statur. Das ist, glaube ich, die Anrichte, die gemeint war. Das heißt, wir haben schon mal den nächsten Schlüssel. Sehr schön. Das habe ich schon mal geschafft. Hier ist noch was im Schrank. Was ist da? Nichts? Oh Mann. Ich habe echt Schiss vor ihm. Muss ich ja zugeben. Können wir irgendwas... Ich kann nichts nehmen. Ich laufe mal erst mal weiter. Weil... Irgendwie... Huch. Nochmal. Also wir dürfen jetzt hier das nächste Gehirn machen. Okay. Ich versuche mich natürlich möglichst in Ruhe umzugucken. Aber das mache ich nicht nur wegen euch. Sondern das mache ich, weil ich Angst vor Ruvik habe. Nur mal so nebenbei. Okay. Proband Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amikdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Das Angstzentrum. Keine Ahnung, wo unsere Angst sitzt. Ich habe Angst, ihm weh zu tun. Aber wir müssen ja. Doch, wir tun dir jetzt... Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefährst ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Okay. Dann hier in die Mitte. Äh, wieso geht denn hier unsere Energie auch ab dann? Was soll ich machen? Wenn hier wir geschwächt werden? Das ist richtig fies. Yo. Vielleicht da hinten? Ey. Wo kann ich mich denn umsehen? Ach, hier wird mir geholfen. Vier. Also da hinten. Doch der Lappen zwischen den beiden Dingern da. Alles klar. Wieso ist das nicht richtig? Ah, also. Okay, Kontrollpunkt. Cool. Da können wir doch direkt zurück und uns die Spritze holen, würde ich sagen. Wehe, er kommt jetzt hier, ne? Ähm, einfach, weil wir jetzt so viel verballert haben. Ich kann das nicht lesen. Okay, anatomical drawing oder so. Ich hab die Zeichnung gar nicht gecheckt. Ich hab die Zeichnung jetzt grad viel zu spät gesehen. Das war ein bisschen blöd. Hab ich dadurch ein bisschen Energie verloren, aber ist auch nicht so schlimm. Kannst du hier noch irgendwas kaputt hauen? Oh, kannst du wirklich? Wir machen alles kaputt. Wir sind der Zerstörer. Yeah, yeah. Okay. Dann geh mal wieder zurück und hol dir die letzte Spritze. Wir hatten einen Kontrollpunkt. Das ist sehr gut. Oh, Vater. Wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst. Aus den Augen war es den Sinn. Hast du? Das hast du. Nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Okay. Können wir die erschießen? Stehen die auf? Wollen wir das überhaupt wissen? Noch können wir uns verstecken. Und damit ist jetzt gleich Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Okay. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang. Wo will ich lang? Da will ich raus, ne? Nein! Okay. Whoa. Warte, warte, warte. Zünd ihn an. Sehr schön. Nimm die Axt mit. Oh Gott. Wo kommen die denn auf einmal immer her, ey? Okay. Okay, 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 okay. Die zweite Spritze. Prima. Prima. Aber erst mal gehen wir da durch. Geht es Ihnen nicht gut? Nee, nicht so. Wie immer halt. Sie kennen mich doch schon langsam, Schwester. Echt. Tun Sie mal nicht so. Wenn wir irgendwas tun... 1700. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich was damit anfangen können. Wir brauchen viel, viel mehr. Zeugs. Aber okay. Ich check die Lage mal wieder. Da lässt sich nichts machen. Oh. Die Feuerrate könnten wir erhöhen. Und die Magazinkapazität. Äh. Vom Scharfschützengewehr. Hm. Das mache ich doch glatt mal. Magazinkapazität oder Feuerrate? Ich mache mal die Feuerrate. Genau. Das mache ich mal. 200 bleiben übrig. Und ich soll immer mal... Mach mal ruhig die Lampe an. Mach mal die Lampe an. Immer mal auch hinter den Stuhl gucken und so. Weil wir alle irgendwie nicht wissen, wo ich jetzt irgendwelche Kartenfragmente übersehen habe. Okay, okay. Dann gehen wir hier durch. Keine Ahnung, ob hier auch noch irgendwas ist. Wir können auf jeden Fall den Schlüssel einsetzen. Und es müsste sogar noch Muni da sein. Oh, die ist aber noch voll. Das ist gut. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal das Fach hier auf. Das lächelt mich irgendwie so an. Oh, da war natürlich Glibber drin. War ja klar. War ja klar. Aber 5200. Immerhin. Das ist gut. Ähm. Das ist auch noch voll. Das sind, glaube ich, die Blendbolzen. Ich weiß immer nicht, ob hier noch irgendwas ist, was man finden kann. Hm. Hier sind auch so viele Fächer. Aber es sind nicht welche, wo Muni drin liegt. Und, ähm, hier haben wir natürlich unsere komische, unsere komische Crimson City Fragmentkarte. Die ich so nach und nach zusammenstückele. Aber ich finde, dass man nicht so viele Kartenfragmente jetzt findet irgendwie. Als dass ich das jetzt das Gefühl habe, dass ich da wirklich gut drin war und da sich irgendwas Sinnvolles draus bildet. Naja, es soll sich wahrscheinlich eine Karte draus bilden, aber egal. Ähm. Finden wir jetzt hier wieder neue Sachen? Nein. Wir sind immer noch hier dabei. Vielleicht kann man sich auch nochmal die Bilder genauer angucken. Die auch nicht gerade einleuchtender sind. Da ist noch ein Tresor. Die komische, gruselige Ruben-Familie. Ja gut, dann speichere ich. Und höre auf, Zeit zu schinden und wegzulaufen. Überschreibe den doofen Wächter, den ich niemals nochmal machen möchte. Das sage ich jetzt, aber im Moment möchte ich das nicht. Und dann gehen wir wieder zurück. Gucken, was uns erwartet. Was war das Waschbecken? Da habe ich alles. Hier ist also nichts mehr. Ich hoffe nicht. Da ich das jetzt gemacht habe, hier die weiteren Tipps von meinen fleißigen Helfern und Kommentatoren. Also das mit den Rädern haben wir schon. Wir haben das mit der Anrichte jetzt gemacht. Jetzt fehlt mir noch ein Schlüssel. Da muss was irgendwie brennen oder so. Das ist zwar schon ein wenig gespoilert, aber ich warte einfach mal ab, dass irgendwie am Ende des Kapitels, dass ich da nicht irgendwie aus dem Fenster gehe, falls irgendwas brennt oder so. Darauf warte ich noch. Eher frage ich mich, wo ist noch die ein paar Vasen im Raum? Eine geköpfte Frau glupscht auf ein blaues Rad. Alles öde, da könnte man vor langer Weile an die Decke gehen oder starren. Ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen. Irgendein Raum mit Vasen. Whatever. Okay. Also das pumpt hier schon ordentlich. Kann man hier auch durch? Ist hier auch noch irgendwas vielleicht? Kann man, kann ich hier, nee, die Tür war jetzt, oh nee, die ist nicht zu. Okay. Ein paar Vasen im Raum, hier vielleicht. Hier sind schon mal Vasen. An die Decke gehen oder starren. Ich mach mal eins, war alles kaputt. Auch wenn das ganz schön Lärm macht. Ist hier oben vielleicht was. Es ist ein, das ist der Raum mit Vasen, oder? Ich hebe mal das auf, was da vorne ist. Mach mal die Vasen immer kaputt. Oh oh. Ich höre schon wieder welche. Oh oh. Nein, er kommt. Er kommt und das ist gar nicht gut hier. Er kommt. Scheiße. Ähm. Shit. Shit, 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 shit. Ich wollte an ihm vorbeilaufen. Aber er ist hängen geblieben an irgendeinem blöden Tischchen oder so. Ich glaube, sonst hätte ich es sogar noch geschafft. Aber das ist richtig fies. Ich konnte mich da jetzt nicht verstecken irgendwie. Und auch nicht weglaufen, weil die Türen ja alle zu sind. Und das vergesse ich halt immer. Und das ist gemein. Das ist gemein. Das versetzt einen immer so in Panik. Aber nochmal zurück zum Schlüsseltipp. Ähm. Zurück zum Schlüsseltipp. Nochmal. Ein paar Vasen im Raum. Eine geköpfte Frau klupscht auf ein blaues Rad. Alles öder. Könnte man vor Langeweile an die Decke gehen oder starren. Eine geköpfte Frau klupscht auf ein blaues Rad. Wir versuchen das einfach nochmal. Ich nehme mal an, hier ist auch eigentlich nichts mehr. Wir machen auch so viel Lärm hier. Ist nicht so gut. Nimm mal alles mit. Geköpfte Frau. Klupscht auf ein blaues Rad. Klupscht hier jemand auf ein blaues Rad. Oh. Ich habe keine Ahnung. Okay. Kannst du die irgendwie... Nein, die Vasen kannst du nicht an die Decke starren. Langeweile. Okay. Okay, da ist einer. Können wir den von hinten platt machen? Shit. Dankeschön. Zünd die mal an. Okay, sie brennt. Das ist gut. Hopefully kommt Rubik nicht. Noch haben wir Glück. Und hier ist ganz viel Glibber. Das ist sehr gut. Sehr gut. Hier können wir uns verstecken. Das ist auch gut. Gut, was ist das? Oh, ich glaube, das war besondere Munition. An die Decke starren. Also ich glaube, hier ist es nicht. Es muss anscheinend der Vasenraum sein. Aber es verwirrt mich auch. Dieses komische Lappenzeug hier echt. Hallo. Irgendwie möchte ich hier bleiben, weil ich mich hier verstecken kann. Das ist gemein. Kannst du dich nicht mal verstecken? Soll ich mal warten? Und das ausprobieren, ob er dann kommt? Weil sonst muss ich alles nochmal machen. Das ist auch blöd. Ich warte jetzt einfach mal. Und dann verstecke ich mich. Nicht bewegen. Mal gucken, ob das klappt. Ich würde echt mal gerne wissen, ob das stimmt, wenn man nichts macht. Leider kann man ihn ja nicht erschießen. Soll ich jetzt echt hier die ganze Zeit stehen und warten? Einfach mal nichts machen. Der ultimative Rubik-Test. Und dann zieht er uns unterm Bett raus. Betten? Oh oh. Das Bild hat so ein bisschen gezerrt. Tja. Ob das so stimmt mit dem Nichts machen? Hallo. Ja, ich wette, wenn ich jetzt rausgehe, dann kommt er irgendwann, weil ich so viel Zeit jetzt hier verplempert habe. Und dann kommt er, ne? Das sehe ich schon kommen. An die Decke starren. Frau. Dö, dö, dö. Schön Lärm machen. Ich könnte natürlich auch gut speichern. Das ist doch der Raum mit Vasen. Das ärgert mich jetzt hier irgendwie. Aber ich sehe auch kein blaues Rad oder so. Oh oh. Gehen wir da rein? Wir warten gar nicht erst, dass irgendwas auf uns kommt. Wir haben die Zeit, ja. Wow. Nee, ist klar. Nein. Wenn er jetzt nicht kommt, ne? Bei den Bomben, die wir hier explodieren lassen. Upsi. Das war nicht so gut. Okay. Also, ich wundere mich gerade, dass er jetzt so gar nicht kommt irgendwie, weil... Das ist wirklich gemein. Ich glaube, bei manchen kommt er ganz schnell und ganz oft. Und dann bleibt er immer länger und dann auf einmal wieder gar nicht. Das ist... Das ist schon gemein. Aber mit Frau und blauer Decke und keine Ahnung. Das sehe ich jetzt hier nicht so. Wenn ich rausgehe, kommt er irgendwann. Ich weiß es. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Oh, hier ist noch was Wichtiges. Oh, kann man sich hier verstecken? Ich will mich verstecken. Hier war ich zuletzt. Da bin ich reingerannt. Und nirgendwo konnte ich was machen. Okay. Dann nehmen wir das mit, was auch immer hier ist. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Ach, sie verlachen. Verlachen. Sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Äh. Okay. Ich habe hier ein Safe oder was ist das? Hier ist ein Tresor. Was kann ich denn hier machen? Kann ich hier überhaupt was machen? Äh. Okay. Kannst du dich mal einfach verstecken wieder? Und wir lassen ihn kommen. Und dann ist er da gewesen. Und da ist er. Er ist da. Er ist da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Herz, mein Herz wummert so krass. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wir haben es überlebt. Oh Gott. Ich kriege einen Herzinfarkt. Ganz ehrlich. Nimm es mit. Du hast mich nicht bekommen. Du hast mich nicht bekommen. Frau, blaues Rad. Hallo. Also irgendwie. Weiß ich auch nicht. Was ich hier tun soll. Ich würde sagen, ich speichere einfach noch mal wieder. Und überlebe den Schock meines Lebens mal wieder. Obwohl man die ganze Zeit auf ihn wartet. Der besorgte Typ also. Man wartet die ganze Zeit auf ihn, ne? Und dann... Denkt man immer so gerade. Man ist sicher. Und dann... Wumm. Ist er da. Das ist schon echt fies. Ich gehe nochmal auf den Stuhl hier mit euch. Bei 6400 lässt sich vielleicht was Schönes wieder machen. Oh, wir können sogar den Nahkampfschaden erhöhen. Bringt uns das denn was? Schadensmultiplikator. Von der Pistole könnte man mal erhöhen. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Wir können eine Menge machen. Die Genauigkeit könnten wir sogar auf ein Maximum hinkriegen jetzt. Reserve. Granaten. Äh, Spritzen. Äh, das mache ich doch glatt mal. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die muss ich doch im Moment ziemlich oft, ähm, verwenden, damit ich wieder eine neue nehmen kann. Äh, Scharfschützengewehr, Munition, weiß nicht. Äh, hier die Kaliber. Qualenbolzen. Können wir da eigentlich auch mal was machen wieder? Harpunbolzen könnten wir erhöhen. Das ist natürlich auch gut. Was ist mit den anderen Waffen? Die Nachladegeschwindigkeit von der, okay. Die Feuerrate von der ist klar. Magazinkapazität. Kritisch wäre natürlich auch gut. Vieles ist gut. Ah, hier. Spanngeschwindigkeit, Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Wollen wir mal die, äh, Qualenarmbrust ein bisschen verbessern? Ist das wichtig? Ich weiß nicht. Ist das so wichtig? Ich finde die Reserve gerade sogar fast wichtiger. Irgendwie. Oder die Qualenbolzen. Ich mach mal die Harpune besser. Das kann ja nicht schaden. Jetzt haben wir noch 900. Vielleicht lässt sich damit sogar auch noch eine Kleinigkeit zumindest machen. Wäre ja schön. Also ich finde, es ist mittlerweile ganz gut ausgerüstet. Ich weiß nicht, was ihr so denkt, aber ich bin damit eigentlich recht zufrieden. Ähm, da lässt sich doch was machen. Aber es ist nichts dabei leider mehr, was ich jetzt tun kann. Ne, 900 reichen nicht. Aber das ist okay. Wir sammeln weiter fleißig. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von The Evil Within. Vielen Dank fürs Zuschauen und die Tipps. Und bis dann. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal.